Oh je. Oh, es geht weiter? Oh nein! Gehen wir direkt in die nächste Erinnerung rein. Oh mein Gott. Oh wow. Aber... Was? Wie? Wir sind komplett in der nächsten Erinnerung drin. Oh nein. Oh, ich kann mich wieder aufstellen. Okay. Geht's hier wirklich weiter? Nee. Oh, alles von Adorn und Asher und... Oh nein. Oh, er läuft auch komplett anders. Oh, krass. Oh, krass. Wo sind wir hier nur gelandet? Ja, wo sind wir hier gelandet? Gibt's hier nur eine Erinnerung? Hoppala. Oh. Orangen aus Bild. Ah! Hm. Ja. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Also dieses Spiel spielt so stark mit den Emotionen. Warte, wo muss ich lang? Muss ich nicht hier lang? Wo muss ich lang? Hallo? Ähm. Ähm. Hallo? Wie bin ich da hingekommen? Hallo? Höfe? Hä? 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 Ähm. Uh. Uh. Okay. Hallo? Lass sie mich hier bitte durch, danke. Na gut. Aber von hier hätten wir wahrscheinlich die Erinnerung gesehen, oder? Oh, wow. Eh. Hatten durcheinander hier. Genauso muss man sich dann wahrscheinlich auch fühlen, wenn das passiert. Ich kann's mir echt nicht vorstellen, wie es sein kann. Oder wie man sich fühlen muss, wenn man sein Kind verliert. Wahrscheinlich genauso. Äh? Ah. Ich hab die Zeit wieder vergessen. Ich hab die Zeit wieder vergessen. Gut, wir sind aber auch so durchgekommen. Jetzt haben wir aber mit Sicherheit Erinnerungen übersehen. Oh, er hat sogar ein Spielzeug gemacht. Oh no. Oh, nee, haben wir nicht. Ich hab die Zeit wieder vergessen. Gut. Wie geht es tatsächlich weiter? Oh. Was macht ihr denn wieder hier? Ja. Was macht ihr denn wieder hier? Oh, geht weg. Oh, geht weg. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bande sind auch mehr. Was wir jetzt mit dem Feuer arbeiten müssen, um unsere Dämonen zu bekämpfen. Oh, das ist mit Sicherheit eine Errungenschaft, dass man sich nicht verbrennt. Oh, nein. Hä, wie sollen wir denn da durch? Aber die Dämonen sind wenigstens nicht mehr da. Immerhin das. Oh, Baller. Sorry. Wo komme ich hier durch? Oh. Runter auf jeden Fall nicht gut. Ist da irgendwas im Hangeln? Wahrscheinlich nicht. Oh. Okay. Nein, nicht runter. Ich würde nicht gucken, ob ich mich an den Dornen festhalten kann. So wie an den Steinen. Macht das Feuer irgendwas weg? Okay. Oh, sorry. Okay. Okay. Feuer macht Sachen weg, aber andersrum. Und es erstellt, der Sache. oder vernichtet ist, noch nicht. Was? Oh, Baller. Wir müssen uns irgendwo in Schutz... Vielleicht da unter? Ja, okay. Okay. Oh, nein. Was ist das? Was? Oh. Ohhhhh Dornen macht hier wahrscheinlich nix, ne? Will trotzdem gucken. Oh! Nein! Gut. Boah, hahaha! Halt, halt, halt! Oh! Jetzt war ich doch zu lange im Feuer. Jetzt war ich doch zu lange im Feuer. Tut mir leid. Oh! 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 Oh, sorry! Das ist schwieriger als erwartet mit dem Feuer. Oh! 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 Das war nicht meine Absicht. Hä, aber warum sind da dann Steinwege gewesen? Ach, das ist ein Safe-Platz! Cool. Cool! H WIN tous sind nous, openness'll sure. Wow. Wir holen uns dieses Römen für heute diesen Römen! Bei uns können wir helfen.